Action! So, ich sitze hier am Tisch mit einem unserer ganz berühmten St. Onliner. Hubert, du bist auch Gastronom hier mit deinem neuen Lokal und wir haben uns da ganz was Spezielles einfallen lassen bzw. du hast dir ganz was speziell einfallen lassen für deine ersten wieviel Freunde? Für die ersten 200 und mit den ersten 200 wie gesagt, die sich anmelden, da haben wir da hinten so eine Arena, wo man Reifen rutschen kann, Biathlon schießen, Skispringen, Skirennen, je nachdem ob man das machen will, weil es tut nicht jeder Skispringen, aber es ist für jeden möglich. Das ist so Schneeschancen, wo man maximal 20 Meter springt mit Alpinski und da gibt es einen Wettbewerb. In Teams eingeteilt machen alle diese Stationen durch und das Team mit den besten Punkten, das wird dann bei der großen Après-Ski-Party da am Adlerhaus abgefeiert und ist sozusagen der St. Onlines Winter-Game-Winner und das findet da statt und ich hoffe, dass sich dementsprechend viele anmelden werden, weil dann lassen wir das, wie man auf gut Deutsch schaut, richtig krachen. Richtig krachen lassen wir es. Ja, also ihr habt ja selber gehört, was der Hubert gesagt hat, nix wie auf sein Profil rauf und fest anläuten und die ersten 200 sind dann hier mit dabei. So ist es, bitte so ist es. Wunderbar, wir freuen uns. Wir sind hier im Trocknen, die einzige Hilfe, der uns nichts zum Trinken gibt. Das ist nur Spaß.